Guten Morgen zu einer neuen Folge von House Reality. Hier ist Nancy. Wir pflegen wieder mal unsere Pferde. Wir machen zuerst die Verbands. Ich bin erst gerade aufgestanden, da ist meine Stimme nicht gerade so prickelnd. Gut. 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 Bei der Babanz kommt in sieben Tagen das erste Fohlen. Bei der Babanz kommt in sieben Tagen das erste Fohlen. So und so sind wir bei der Babanz fertig. Hier zeige ich euch jetzt neue Fohlen. Hier das ist die kleine. Ich weiß aber nicht ob ich sie behalten soll oder nicht. Sie hat leider einmal Average drin. Ach ich behalte sie, ich wissen wie sie groß ausschaut. Dann altern wir sie einmal. Ich weiß nicht. So sieht es nun mal in groß aus. Und wir nennen sie Gloria. Und die Oldenburg kommt. Für sie suchen wir jetzt nachher noch einen Hengst. Und jetzt spritzen wir sie an. Und gehen jetzt auf Oldenburg suche. Hier. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann zeige ich euch noch die zweite Stute, wo ich gestern bekommen habe. Um halb zwölf, da habe ich schon geschlafen. Das ist sie, die Felin, meine erste Porzellan-Schecke. Sie hat leider die Gene der Mami übernommen, also viermal Very Good und zweimal Average, aber was soll's. Und das war's von mir. Tschüss.